Gegen Ende des vergangenen Jahres gab es in Deutschland vor allem ein großes Sorgenthema, die Inflation. Hatte sie im Januar noch bei knapp 5% gelegen, stieg sie über die nächsten zwölf Monate kontinuierlich an und erreichte im Oktober schließlich den Höchstwert von 10,4%. Das war der höchste Stand seit über 70 Jahren. Nicht einmal die Ölkrisen in den 1970ern und 80er Jahren vermochten Preise so derart in die Höhe zu katapultieren, wie diese aktuelle Krise. Nein, es brauchte einen Weltkrieg, um das zu schaffen. Zuletzt wurden vergleichbare Inflationswerte im Jahr 1951 erreicht. Sechs Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges litten die Deutschen noch härter unter den Spätfolgen ihrer eigenen Dummheit als heute. Inzwischen fällt die aktuelle Inflationsrate wieder. Sie liegt momentan bei schätzungsweise 8,6%. Wie wird sie sich in diesem Jahr weiterentwickeln? Welche Ursachen treiben sie immer noch an? Was bedeutet das für die Privatanleger? Diese brennenden Fragen zu beantworten ist gar nicht so leicht. Schließlich ist die Inflation in Deutschland nicht nur von Faktoren innerhalb des Landes oder innerhalb der EU abhängig. Sie hat ihren Ursprung zu großen Teilen in der amerikanischen Finanzpolitik der letzten Jahre. Mit dem Beginn der Corona-Pandemie begann man auch dort, ebenso wie in der EU, mit dem Gelddrucken in noch nie dagewesenen Dimensionen. Milliarden von US-Dollar wurden ohne Deckung gedruckt und unters Volk gebracht. Die Folgen spürten die US-Amerikaner nicht sofort, sondern erst gegen Ende 2021. Als die Inflation dann auf einmal zu steigen begann, geriet die amerikanische Notenbank in Zugzwang. Um eine heißlaufende Inflation zu bekämpfen, gibt es nicht wirklich viele Möglichkeiten. Von den wenigen, die es gibt, ist eine Erhöhung des Leitzinses die effektivste. Die FED begann also, den US-amerikanischen Leitzins schrittweise zu erhöhen, wobei die Schritte immer größer wurden und schließlich bei staatlichen 75 Basispunkten pro Erhöhung gipfelten. Aktuell befindet sich der amerikanische Leitzins bei 4,5 Prozent. Das ist der höchste Stand seit der Finanzkrise von 2008. Von einer derartigen Leitzinserhöhung verspricht man sich schlicht und ergreifend, Investitionen unattraktiver zu machen. Der Konsumrausch der Amerikaner sollte gedämpft werden. Dadurch verringert sich die Nachfrage und der Druck auf die Preise. Im Umkehrschluss sinkt die Inflation. Dass dieses aus Sicht von Privatanlegern rücksichtslose Verfahren Wirkung zeigte, sehen wir an der sinkenden Inflation in den USA. Sie liegt aktuell nur noch bei 6,5 Prozent. Das ist zwar immer noch verdammt hoch, aber auf jeden Fall besser als in der Eurozone. Dieses aggressive Verhalten der FED in Sachen Leitzins brachte die EZB in Zugzwang. Das Kasperle-Theater um Frau Lagarde hätte nämlich niemals freiwillig den europäischen Leitzins von 0 auf 2,5 Prozent angehoben. Natürlich gibt es auch andere Faktoren, wie die nun wieder fallenden Öl- und Gaspreise. Aber schon alleine der Fakt, dass wir trotz sinkender Rohstoffpreise noch bei 8,6 Prozent rumkrebsen, spricht Bände. Damit die Inflationsrate auch in der EU weiter fallen kann, ist rasches und entschlossenes Handeln der EZB erforderlich. Für ein solches sind die Versager aus der Kaiserstraße 29 in Frankfurt leider nicht bekannt. Zwar begannen auch sie widerwillig mit einer Anpassung des europäischen Leitzinses, aber sie taten das nur wegen der Amerikaner. Und bei über 10 Prozent Inflation sind 2,5 Prozent Leitzins ohnehin nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Lange Rede, kurzer Sinn, bisher hat die EZB mit ihrem zaghaften Vorgehen nur den Ausbruch einer Hyperinflation verhindert, mehr nicht. Zugegeben, nicht alles kann auf die Unfähigkeit der Zentralbanker geschoben werden. Vor allem der Krieg in der Ukraine muss hier genannt werden, der trug entscheidend zu den erhöhten Gaspreisen und Versorgungsengpässen bei. Aktuell scheint sich zumindest die Versorgungslage bei Gas zu stabilisieren. Aber auf einem spürbar höheren Preisniveau. Es kostet nämlich richtig viel Geld, wenn du deine eigene Gaspipeline mutwillig zerstörst und dann Flüssiggas aus den USA und aus dem Nahen Osten mit LNG-Tankern importierst. So wird das leider nix mit einer Inflationsrate unter 2 Prozent, im besten Falle sind da 6 oder 7 Prozent möglich. Auch wird sich die Situation in der Ukraine nochmals zuspitzen, wenn Putin im Frühling wieder am Rad dreht. Neue Versorgungsengpässe bei Getreide, Stahl, Speiseöl, Holz und anderen ukrainischen Exportschlagern wäre die Folge. Was bedeutet das für die Privatanleger? Genaue Vorhersagen sind unmöglich. Investoren sollten ihre Investitionen mit mehreren Szenarien im Kopf planen. Hinsichtlich der anhaltend unsicheren wirtschaftlichen Lage scheint es wenig sinnvoll, Kapital in risikoreichere Assetklassen zu investieren. Klassische Anlagemöglichkeiten wie Rohöl, Erdgas, Zinn, Uran, Edelmetalle und Sachwerte bleiben im Vordergrund. Sie bieten immerhin eine halbwegs gute Absicherung gegen neue Inflationsfällen. Ein erneutes Auflammen der Inflation würde nicht nur den Wert von Fiat-Geld, sondern auch die Kurse von vielen Aktien und ETFs weiter nach unten ziehen. Derzeit scheinen sich weder die institutionellen Anleger noch die Regierungen und Zentralbanken darüber im Klaren zu sein, wohin die Inflation galoppieren wird. Es ist daher ratsam, weiterhin Vorsicht walten zu lassen. Schichten Sie zumindest einen Teil Ihres Anlagekapitals in krisensichere Werte um. Die zweite Ölkrise zeigte uns eindrucksvoll, wie schnell die scheinbare Erholung nach einer Krise kippen kann.